Falls der noch da ist, bist du noch da? Er ist noch da! Komm mal her! Da kommst du her! Da kommst du her, okay. Hm. Okay, jetzt bist du da. Wo bist du jetzt? Hallo? Ah, toll. Da kommst du her. Hm. Wo bist du? Du willst mich verarschen. Oh. Nicht festgepackt. Doch festgepackt. Bist du festgepackt? Okay. Hm. Ja, was nehmen wir denn da? Sollen wir das da nehmen? Oder das da? Hm. Hm. Tja, ja. Der Bär ist gefährlich. Und wie. Ach, du bist sehr gefährlich. Ach du Scheiße. So. Oh nein. Genauso gefährlich wie die Todesskale. Hui. So. Okay. Kann ein bisschen dauern. Hält halt trotzdem eine Menge aus. Du, 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 du. So. Ach, warte. Moment. Genau. Tanz. Tanz. Du, 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 du. Tanz. Na los. Du, 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 du. Hm. Okay. Wir haben bald die Hälfte. Tanz, 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 tanz. Und noch mehr. Und jetzt. Moment. Tanz den Feuer, tanz. Nice. Yes. Dadam. So. Warum hat das nur zwölf Schoß? Keine Ahnung. So. Da. Dadadadada. Dadadadada. So. Ach, okay. Bam. Da, was können wir noch tun? Ähm. Mir fällt nichts ein. Hm. Äh. Hm. Da bin ich gerade unkreativ. Verdammt. Gerade in so einem Moment. So ein Mist. Du, du, du. Hm. Dam, dam, dam. Ähm. Okay, fast geschafft. Ich hätte noch zwei Magazine. So. Jetzt noch eins. Schön. Hehehe. Okay, was, ähm. Ich würde sagen, Dietrich. Genau. Das zuerst. Und das da. Die zwei. Ja, das weiss ich. Mit der Power Station. So. Du, 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 du. Oh, das hätten wir. Dieses Ding da. Hätten wir freigeschalten. Was haben wir hier? Oh nein. Hm. Schön. Und. Auch schön. Cool. Und wir haben die Tato. Das können wir gebrauchen. Hm. So. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Hm. Dö, 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 dö. Hm. Noch mehr. Schön. Aha. Das ist leer. Schade. Okay. Hm. Ja, schön. Dö, 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 dö. Hm. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Aber ich habe das da schon geplündert. Das da vorne. Das da. Genau das. Habe ich durch. Äh, nö. Siehste mal. Hm. Schön. Dö, 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 dö. Das hätten wir. Das hätten wir auch. Okay. Da oben. Also da oben. Bin nicht da. Da. Hm. Dö, 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 dö. Tier. Okay. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Hm. Schön. Ah, nice. Jetzt können wir öffnen. Hm. Toll. Dö, 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 dö. Schön. Cool. Genau. Nice. Und das dann nicht vergessen. Und das da. Aber der Toaster. Hm. Gut. Okay. Da ist noch eine Hütte. Hm. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Mit nichts drin. Also toll. Was für eine Fasche. Also lass den. Hm. Dö, 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 dö. Dö, dö. Okay. Dö, 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 dö. Hm. Ich schätze mal, die anderen sind jetzt da angekommen. Gut. Dann können wir da weiterbauen. Dö, 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 dö. Hm. Okay. Hm. 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 Dö, 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 dö. Okay. Also wir brauchen Betten. Wir brauchen Wasser und Futter. Na schön. Und Schutz. Und Leute. Hm. Das brauchen wir zuerst. Okay. Oh, darf ich noch was übersehen? Okay. Dö, 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 dö. Hm. Okay. Na. Sir. Willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe. Komm, kommt hin. Ja, konnte ich. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy. Es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei jedem. Äh, ja, später. Möchtest du das denn? Wie Sie wünschen, Sir. Äh, später. Nein, jetzt nicht. Na gut. Hm. Hm. So, tschüss. Und wir sind hier aus. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Und sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen zu Hause verdient hat. Was meinst du? Natürlich. Ja. Ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Hm. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann. Wie einer dieser alten Vorkriegsskuhle. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Hm. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt. Warum sage ich das überhaupt? Seitdem versuche ich ihn zu finden. Der ist unwichtig. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ja, nee. Kannst du die Klappe halten. Ja, ich bin froh, dass du hier bist. Hm. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Mhm. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wirklich gebrauchen. Ach so. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Ich weiß, was wir hier brauchen. Der erste Schritt. Ja gut. Das ist wenigstens noch eine sinnvolle Quest. Was eine Siedlung freischaltet. Aber danach. Wo ist denn dieser Typ? Oh Mensch. Äh, so. Sprich mit Sturges. So. Wo ist denn der? Du bist da. Okay, warte. Wir wissen, dass sie ja loswerden. Gut. Na schön. So. La 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 la. So. Okay. Ach komm, halt zumal, ich will mit ihm reden. Dann hätten wir mal wieder echte Betten gebraucht. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sorgt nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Boden... Ja, ja, weggemacht. Ja, komm. Ich weiß, wie es funktioniert. Okay, Betten. Biba Betten. Möbel Betten. Und... Was für Betten denn? Was ist das denn? Hm. Ein großes Bett. Okay. So viel Luxus für die... Machen wir mal das da. Okay. Erst einmal ein paar Lagerbetten. Oder Arbeiterbetten, sozusagen. So. So. Du 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 du. Du 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 du. So. Okay. Ja, das sollte reichen für sie erste. So. Okay. Dann brauchen wir Essen und so. Aber was wir jetzt vor allem brauchen... sind... sind... Arbeiter, genau. Rekrutierung. Du kannst mal... da hingehen. Dann. Wo sind hier? Generator, genau. So. Kleiner sollte reichen. So. Gut. Lass es an. Na schön. Das haben wir. Dann machen wir Essen. Essen und Wasser... und Schutz nicht vergessen. Da haben wir hier. Mais. Ja, nice. So. Melone. Okay. Tato. Mhm. Ein bisschen Tato. Tati Tato. So. Und das da. So. Okay. Scheint wirklich was zu werden. Mhm. Ein bisschen... Töne. So. Okay. Melonen. So. Wo ist denn hier? Hallo? So. Und... da kann nichts passieren. So. Okay. Wir haben... sieben Leute. da ist mir angesetzt. Okay. Hier... auch. Okay, gut. Mhm. Sieben Leute, sechs Essen. Ist ja nicht so toll. Okay. Äh... Wassertanks. Was haben wir hier? Wasserpumpe, Strom betrieben. Produzierer 10. Okay. Naja. Döööö. Wissenschaft 1. Shit. Hm. Okay. Da muss halt so einer hin. Für Seostee. Gut. Oh, nice. Okay, wir brauchen Wissenschaft. Ach komm Level up bitte So Wissenschaft Wo ist denn hier Wissenschaft Wissenschaft Wahrscheinlich da Intelligenz Da Dankeschön Wuch Hm Okay Das da vorne ist interessant Dieses Vieh So Gut dann kannst du wieder weg So Ach klar Moment Ach Was ich halt anießen Okay Fünf Hm Hm Okay Na wir brauchen zuerst Schutz So jetzt ein bisschen Schutz 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 Das ist nicht so toll Hm Okay wir brauchen Schaltkreise Hm Na gut Merken wir uns fürs nächste Mal Ne Verlasse nicht So Gut Und so Nice Wer bist du denn Ich hab immer so einen Hunger Hm Okay Ein fetter Siedler Interessant Ja Essen ist gerade ein bisschen blöd Hm Essen Essen Da hab ich nichts mehr Toll Äh Lokale Anführer 2 Hm Toll Okay Dann müssen wir die Rekrutierung stoppen Bis wir genug zu essen haben So Gut Und ich mach jetzt hier eine kurze Pause Und äh Wo stelle ich mich hin Da oben Da oben Hm Hm Ich würde sagen so ist gut Okay Eine kurze Pause Mit ein bisschen Musik So Bis gleich So Etwas länger als gedacht Aber naja So Dann Ist ein paar Sätze vorbei So Gut Musik Hallo Maus Da So Gut Und Und Das noch wieder da hin Und Hallo Maus Was sind das da immer So Okay Äh Bitte Äh Ups Äh So Gabel noch aus dem Weg schaffen So Okay Äh Wie sieht es aus mit Essen Wie sieht es jetzt aus Immer noch Hm Wir sind nicht so toll Hm Okay Was ist denn das für einer Warte mal Kotzi Äh Ja Komm mal mit Ja natürlich Wie sie wünscht Sir Ich will dich woanders Hm Äh Wo bist du denn jetzt Bleib hier Hey Ich höre aufmerksam zu Äh Bleiben reden Hey Kotzwerf Brauchen sie etwas Ja ich will dich wegschicken Es ist Zeit Dass ich unsere Wege treme Also gut Sir Sie wissen ja wo ich bin Falls ich etwas brauche Ja ja Kannst du hier hingehen So Tschüss Und wer bist du Hey wie geht es dir Ja wie geht es dir Ich will nur ein bisschen handeln Oh Mutter Beere Danke Kann ich das verwenden Kann ich Ja gar nicht Ja nice Danke Typ Das aber nett Cool Okay Hm Okay aber jetzt Da kann ich pflücken Hm Ein bisschen pflücken Schön So Okay wie war das Ich glaube 6 Essen Pro Arbeiter Irgendwie sowas war da Wenn ich mich recht erinnere Äh So Gut Wir haben ein Nachtessen Hallo So Na gut Den Ich will So Das wollte ich tun Achso Achso ist das Okay Gut zu wissen Hm So Und so Und so Und noch einmal Noch einmal so Komm schon Ich sag das so gerne So Okay 11 Essen Gut 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 So Wo ist denn hier Sturgis Ist der markiert Der ist nicht markiert So Okay Wo bist du Ah da Das haben wir schon Tja ja Hey Sturgis Echt beruhigend Eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben Ich hoffe es ist okay Wenn ich dich nochmal Um Hilfe bitte Unsere Lebensmittelvorräte Werden langsam knapp Ja wie gesehen Ja wie gesehen Mh Ich fang gleich mit dem Anpflanzen an Klingt gut Sturgis Langsam fühlt sich das hier Wie ein richtiges Zuhause an Jetzt wo wir Unsere eigenen Lebensmittel anbauen können Das Problem ist nur Je mehr wir hier aufbauen Desto eher werden wir Zur Zielscheibe Wir müssen etwas Für unsere Verteidigung tun Dann kann sich Preston Vielleicht endlich Etwas entspannen Tja ja Und 100% Schön Ich kümmere mich drum Danke Es werden sich alle hier Viel sicherer fühlen Ja das haben wir schon getan Hey Sturgis Danke dass du das erledigt hast Wir werden alle ruhiger schlafen In dem Wissen Dass wir nicht völlig Schutzlos sind Der Weg war lang Aber Ja Ich glaube das passt Ein Zuhause Fühlt sich gut an Schön Freut mich dass ich helfen konnte Ich weiss das zu schätzen Du weisst dass du jederzeit Willkommen bist oder Meine Tür steht dir immer offen Die Fenster auch Und wenn ich es recht bedenke Ein paar der Wände auch Ich mache mich wohl besser Wieder an die Arbeit Bis dann Ja wäre besser Bevor die Wissen noch schlechter werden Okay warte mal kurz Transfer So Was haben wir denn hier Hm Schön Okay Das hätten wir wieder Schön Okay Hilfessen Sieben Leute Moment 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 So Gut Wir brauchen ein paar Leute Und was können die noch bauen Schutz ist alle Äh Herstellung Ich brauche auch das Okay Lokale Anführer Ist ja toll Hm Ansonst Der Rest brauchen wir noch nicht Okay Gut Hier kommen ein paar Leute Aber will ich das anlassen Wenn ich nicht hier bin Hm Ne Okay Wir müssen Auf die Reise gehen Und Sachen einsammeln Wir brauchen Schaltkreise und sowas Na Hm Okay Wo sollen wir hingehen Also ich weiss Irgendwo dahinten Ist eine Siedlung Mit der man sich verbünden kann Aber da müssen wir sie Gegen Räder oder Kanner Beschützen Und das könnte noch etwas Schwer werden Also geh ich mal in diese Richtung Denn ich weiss Irgendwo da vorne war ein Schrottplatz Und da ist ein Hund Wilder Wauwau Hm Besond Ach stimmt Ach Stimmt Stimmt Das brauchen wir auch Diesen Skill Hm Toll Hm Ähm Ähm Dü 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 Okay War hier nicht irgendwo noch Ja genau da Ah, das sind drei, und ich glaube, das sind gezähmte Hunde, und deren Herrchen ist auch noch in der Nähe, hmm, da, äh, okay, hmm, ja, aber ich glaube, ich sehe die schon, ja, da drüben, okay, und die sind leider nicht freundlich, was ist das denn was ist das bläflig auch so ich hasse diese gegner ich hasse die hetzende brot ich brauche jemand dringend geschütze ach hier ist das hässlich geh weg mann 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 wo ist denn hier ach da und wo ist Nummer 2 und wo ist eigentlich Nummer 3 ist die wichtigere Frage ach da bist du geh aber Nummer 3 ach bist du so diese lästigen Fliegen mit ach so mach da nicht so ein Lärm okay Mist habe ich vielleicht eine andere Waffe lass mal sehen Repetiergewehr Scharfschützengewehr okay schon besser ach daneben okay hm würdest du bitte herkommen okay ja bleib einfach in der Luft stehen das ist kein Problem und wo ist der Hund hm da bist du tja ja oh nice gut das ist mal weg so du bist da Mist hm ach man dich als Bäume sind im Weg komm schon ich kriege keine Luft mehr verdammt komm schon komm schon ach dankeschön so endlich mal ein Treffer von 5000 die ich verschossen habe es wird langsam so langsam kann ich schießen schön tja gut das waren die so schön hm cool rotes salztuch ich glaube das habe ich schon zeig mal her toll zeigst du zeigst du das her so zeigen zeigen zeigst du Lederrüstung oh nice oder Lederkombi hm okay cool hm dann läuft auch lieber das hm okay Räderzeug ist interessant okay das haben wir hm okay na schön na schön hm so und äh wo bist du wo habe ich dich erledigt da schön so hm 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 okay was haben wir hier oh okay ein bisschen drucken schön hm okay hm ja nett hier so okay es will nicht schade okay aber hier haben wir da vorne ist doch ein wilder Hunde Rudel oder sowas wo sind die da hm hm okay toll getroffen hm hm okay hm 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 wo sind die hm 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 da so sind wir noch treffen ich muss treffen Luft anhalten einmal getroffen ich habe einmal getroffen so blöde Hunde nehm ich das was habe ich überhaupt warum habe ich das ouch warum habe ich das ich habe doch eine Machete was soll das hm 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 schon besser so jetzt geht es los hier komm her jetzt wird geschnetzelt hm komm schon ja schon viel besser nicht abhauen ich will Hundefleisch gebe her hm hm wann wo ist Nummer 3 komm schon her ich habe Hunger ich habe Hunger ich habe Hunger auf Tod hey was hä was meinst du das ernst hör auf rumzupacken hier wie ich glaube es sagt was soll das hm ok du willst cheaten netter Versuch so hm hm was sollte das denn und ok das war's hm hm äh na schön hm 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 hätten wir das überlebt tue 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 was haben wir hier warum ist da ein Zaun warum hier ein Zaun hm k den kleinen Moment wo sind jetzt dieser schraubplatz denn ich meinte und wer bist du ja wer bist du freund oder feind freund feind freund feind wenn du es so haben willst okay na warte null prozent na toll so nimm das ja ich bin weggelaufen okay du bist also feind na warte da hab ich was für dir so du bist feind du bist tot nein du bist auch tot wir beide sind tot aber wir sind vor dir tot was soll denn der scheiß kurz warten so da sollte vielleicht mal die waffe verbessern ich bin weggelaufen hast recht okay okay kann ich da überhaupt was tun ist die frage habe da nur waffen ding eins waffenbau keine ahnung skill okay was nehmen wir denn da hm na schön noch ein versuch ich versteck mich nicht ich bin direkt hier hm so nimm das so na komm herf zu schreien und stirb dich weglaufen bleib hier so wie ich glaube es sagt so na geht doch war doch nicht so schwer hm cool haben wir Schaltkreise ja schade was ist hier noch achso hm ok okay cool cool hm was haben wir noch Pistole und ein Kleidchen und ein paar Krähen mit der man sich nicht anlegen sollte so ok und da vorne ist es ok ok gut wir sind fast da und das hier sieht verdächtig nach Meierlerkshaus da bin da will ich weg ich hasse diese Viecher so ok niemand da ja und da vorne ist es hoffe ich zumindest ist das der Schrottplatz ja ist es ok es ist schön hm so ja gib mal her dankeschön hm ok was haben wir noch hier hm ok ok was haben wir hier ah nice können wir da wo ist denn hier da hm hm was können wir da tun schwerer Verschluss 56 ok hm das können wir tun ja nice hm dann verlängert er ein auf ok dann nehme ich das da gut ok brauchen wir nochmal 2 da haben wir auch nix da haben wir auch nix ok gut dann einmal kurz umbenennen so darf ich bitte umbenennen ne warte was ist denn jetzt passiert ähm ok willst du können wir das nicht umbenennen hallo ok ok ich drücke y aber es passiert nix hä ok keine ahnung so was ist denn jetzt das andere im Moment ach ach achso jetzt habe ich es gesehen Moment da oben ok da habe ich jetzt nicht hingeschaut äh wie nenne ich dich denn Schrotti so das ist unser Schrotti ok warte mal dich mal verbessern hm feurarte ist hoch ok äh ne nehme ich lieber dich so hm hm ok so hm ok da fehlen uns zutaten hm kompensator ok hm hm oder ein bisschen mehr präzision naja da speichere es mir mal auf dann auch hier wie nenne ich dich 10 mm hm hm das wäre ne gute Waffenname so Pistole ist ein sehr guter Waffenname haben wir ja Pistole und Schrotti und was haben wir noch das ist auch nicht schlecht könnte ich mal ins Team mitnehmen warte mal okay wie nenne ich dich Flinti so okay wir haben Pistole wir haben Flinti und wir haben Schrotti schön gut okay ähm so wo ist denn hier Flinti da du kannst mal da hingehen so okay hat Rodder hat Rodder gefunden also eine spezielle Lackierung für deine Powerrüstung freigeschaltet schön eine Lackierung aber die Powerrüstung kommt später so na schön was haben wir hier das ich rat den Sorgen für ihre Roboter seit seit 1053 okay interessant Lieferprotokoll ein Prototyp Wachbord unbekannte Probleme 15 Protektrons alle Gliedmassen fehlen 4 aus der Dienstgestellte Wachbord sagt Oberhirne IQ weit unter 80 hui 14 Augenbord Sicht Sensoren fehlen 9 Protektrons alle Gliedmassen fehlen schon wieder 27 Defekte Mr. Handys höre nicht auf zu reden 12 Protektrons alle Gliedmassen fehlen na wir machen sowas Mitarbeiter Notizen Dylan komisch noch mehr dieser Protektrons ohne Arme und Beine wie kann einem das bei der Produktion nicht auffallen lassen sie die Roboter von anderen Robotern bauen das ist ein bängstiger in der Gedanke na na ja es geht und Mike Roboter die Roboter herstellen oh man wir haben letztens dieses diese Augenbords reinbekommen die keine Augen mehr hatten ist das nicht oh Mike du enttäuscht mich was los mit dir sie haben eben ein paar Wachbords nahe abgeladen okay wer ist sie sieht nicht so aus als würde irgendwas mit dir nicht stimmen warum schmeißen sie die Dinger einfach so weg ich überlege ob ich nicht einen von den Bots mit nach hause nehme damit er bei mir den Rasen mäht was denkst du hm ok ja mach du mal noch mehr dieser Protektrons denen alles fehlt ich habe von ein paar anderen Betrieben gehört die Dinger auch reinbekommen die die Dinger auch reinbekommen ok da hat jemand mächtig miss gebaut komisch dass es billiger ist sie hier abzuladen als sie zurück zu schicken und ein paar Arme dran zu montieren na schon seltsam hm irgendwelche komischen Typen ganz in schwarz haben ein Wachbord abgeliefert sie wollten nicht sagen wer sie sind das Ding sieht voll funktionstüchtig aus sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof fahren und dann abschalten lassen hm ich habe in die Kiste geschaut die sie daneben abgeschüttet haben da waren Holubender drin ich habe überlegt sie mir anzusehen aber diese Typen waren irgendwie ziemlich unheimlich hm hm meine Stimme macht nicht mehr lange mit hm Band abspielen was haben wir hier dieser von zensiert in auflagegebene und von zensiert hergestellter Prototyp darf nur der offizielle Mitarbeiter der Firma zensiert oder des entsprechenden Kunden bedient werden hier was haben wir hier hm warte mal Informationen was haben wir hier diese Soluband gehört zum Kampfwächter Prototyp MKI-V der ist nicht verantwortlich für Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle während des Betriebs dieses Prototyps wenn sich ein Mitglied von zensiert oder einem Geschäftspartner des Besitzers des N-N-N-N müssen dieses Voluband unverzüglich zerstören sowie die Existenz des Bandes oder des dazugehörigen Prototypen leugnen interessant Aktivion Aktivion schön Moment mal nehm ich mal mit schön ok war das eine gute Idee greift er jetzt an ok meine Patrouille mach du mal wo willst du hin aktuelles Ziel Patrouille im Nahbereich und Neutralisierung von Feinden die einige Vaters wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet ok schaffst du es überhaupt brauchst du Hilfe also deswegen wurde er hierhin verfrachtet oh er hat es doch geschafft ok hm darf ich mitfahren ich will mitfahren schade hm ok warte mal konnte ich dich nicht irgendwo hinschicken wie ging das nochmal ah da Verteidigungsprotokoll äh du 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 USA Volivia mhm geh mal da hin gut leite Verteidigung ein überprüfe Kartierungsprotokoll auf mehrgelegene militärische Stellungen die Hilfe benötigen US äh Satellitenstation Volivia benötigt Hilfe aktiviere Navigationsprogramm schön so dann können wir nächstes mal daneben folgen so